Ja, herzlich willkommen zurück zu Pokémon Saphir! Ja, ich werde... Ich habe leider einfach so schlafen, deswegen muss ich jetzt noch ein weiteres Team-Pokémon fangen. Ähm, ich werde jetzt so lange hier speeden und cutten... Ja, bis es erscheint. Okay, da ist es ja schon. Unser kleiner Freund Loturzl soll in Pokémon Saphir ins Team kommen. Ja, das ging jetzt flott, dann... Gibt mir heute mal Glück, ne? Auch mal schön, zu wissen, dass man auch mal Glück haben kann. Yay, und Loturzl wurde gefangen! So... Ich bin hier im Spitzen entgegen? Nein! Alles so, dann werde ich jetzt mal ganz kurz wieder... ... ein bisschen... schneiden müssen, weil ich möchte das Pokémon heilen... erst noch und dann noch trainieren. Okay, also bis gleich. So, da bin ich wieder... ... und tut es jetzt auf Level 9. Hab ein wenig... ... mit Speed her, das ganz gut geklappt. Und... Ach, jetzt hör mir auf zu nerven, das war doch im Ladespart schon so schlimm. So, jetzt gehen wir hier rein, jetzt ist Ruhe. Hi, Fadi. Nein, wenn das nicht, Tobi, ist der Umzug beendet? Ich bin überrascht, dass du ganz alleine hier gefunden hast. Oh, so ist das. Du bist in Pokémon-Beglätung. Ich glaube, du wirst einmal in meine Fußstapfen als Trainer treten. Jaja. Das sind großartige Aussichten. Ich kann das kaum erwarten. Äh, ich... Ich hätte gerne ein Pokémon. Bitte. Wie, du... Ach, gut, du bist Heiko, nicht wahr? Ich werde meine Verwandten in Wiesnflur besuchen. Ich glaube, ich werde mich da noch eins erfüllen. Da würde ich gerne ein Pokémon mitnehmen. Aber ich habe noch nie eins gefangen. Ich weiß nicht, wie das geht. Oh, ich verstehe. Hast du das gehört? Hilf doch bitte, Heiko dabei, sein erstes Pokémon zu fangen. Ich hier, ich leide dir ein Pokémon, Heiko. Ein Zickzacks. Wow, ein Pokémon. Gebt wieder hier auch diesen Pokémon-Dandeck los. Ein Pokéball. Ich komme jetzt mal mit. Das müssen wir uns hier nicht angucken, ja. Im hohen Gras verstecken sich Pokémon, oder? Bleib hier und schau, ob ich es richtig fange. Wow, los geht's. Und diese Schweinebacke. Entschuldigung, ich will jetzt nicht den Ausdruck. Kommt ein Trassler. Als erstes Pokémon. Ein Trassler. Das ist sowas von krass fies. Ich habe ja in meiner Trainingssession ein Trassler gesehen. Das finde ich schon ein bisschen unfair, dass das Spiel hier mit einem abzieht. Aber ja, egal. Ja, nur, dass man das Pokémon leider nicht zurückguckt, bevor man einen Ball wirft. Lange braucht er. Mal die Maus vielleicht aus dem Bild machen. Das wäre nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, wie lange die da schon drin ist. Wahrscheinlich die ganze Aufnahme, ne? So wie ich mich kenne schon. In meiner grenzenlosen Ordentlichkeit. Ahem, uscht. Ich habe es geschafft. Es gehört mir, mein Pokémon. Danke, lass uns zurück zur Arena gehen. Aber ich meine, das wird geskippt, ey, zum Glück. Und hat es geklappt? Danke, ja, wunderbar. Wir haben es hier Pokémon zurück. Danke, dass du mit ihm gegangen bist. Euch beiden habe ich jetzt zu verdanken, dass ich mir den Esspuppen fangen konnte. Ist ja auch nicht gleich mal, wer spricht. Deswegen muss der Pokémon nicht synchronisieren. Ich verspreche, ich werde mich gut darum kümmern. Oh, meine Mama wartet bestimmt schon auf mich. Ich muss nach Hause. Bis bald. Nun, wenn du guter Trainer sind willst, dir mein Rat. Geh nach Metacross City, gleich hinter diesem Ort. Nun sollst du die Arena-Reiterin Felicia raushalten. Danach suche die anderen Arena auf und besiege die Leiter. Sammle die Orden der verschiedenen Arena, verstehst du? Ich bin natürlich auch ein Arena-Reiter. Auch wir werden eines Tages gegeneinander antreten. Wer ist für eine Stärke geworden? Das Team ist gehalten. Du bist bestimmt tobe, richtig. Dank, dass du dich um Heiko kümmerst. Er war schon als Baby immer zart und kränklich. Wir haben ihn früher eine Weile zu Verwandten nach Wiesnflur geschickt. Die Luft war jetzt viel sauberer als hier. Was heißt da? Was heißt das, wo ist Heiko? Er ist vorhin zu Heiko. Ich frage mich, wo er jetzt wohl sein mag. Heiko war richtig glücklich, als er uns erzählte, dass er einen Bockmann gefangen hat. Ich habe ihn schon seit Ewigkeiten nicht mehr so glücklich erlebt. So, jetzt können wir endlich mal ein bisschen mehr Action machen, ne? Und zwar auf der Route 104. Vor du einen Bockmann wirst, schwächer das Bockmann erst. Wenn du es vergiftet ist, eine Verbrennung hat oder schläft, kann es leider gefangen werden. Das glaube ich... Ich weiß gar nicht, stimmt das? Nein, ich bin kein Trainer. Aber es stimmt schon, wenn ein Trainer sich in die Augen schauen, ist es eine Herausforderung zum Kampf. Willst du nicht kämpfen, weiche ihren Blicken aus. Yo, ein Kampf, wenn ich mal wieder... Spuren im Sand zu hinterlassen, ist total LOL. Okay, also... Kämpfen wir gegen Teenager Fridolin. Und zwar muss ich gegen Lothurzl, ist nicht so der geile Kampf für mich. Geduld ist sogar noch ungeiler. So, entschuldigt bitte ganz kurz. Schwalbini ist auch nicht so der optimale Gegner. Aber es dauert das Bedürfnis, auf Speed zu drücken. Ganz komisch. Das ist halt echt, das geht alles hier ein bisschen langsam. Oh, das ist ein überlebt, oha. I'm mostly surprised, Schwalbini. Das ist eigentlich auch ein cooles Team, populär ist ein Schwalbos. Aber naja, gibt hier noch Rubin und zwar lag ich für irgendwann mal. Mann, was ist denn los, ey? Ich bin voll erkältet irgendwie. Ich weiß nicht, ist Meer, was? Möchtest du dir zu gern wissen, wie es auf dem Meeresgrund aussieht? Hm, überhaupt kein Spoiler zum Glück. Und hier ist eine leere Hütte. Okay. Die Hütte am Meer erlebt Mr. Bragg. Er war einst ein stolzes Seemann, der niemals Angst vor dem Meer hatte. Was heißt, er war einst... Der A sagt muss auch B sagen, ne? Die Hütte am Ende. Und natürlich nehme ich die Herausforderung an. Ich habe eine Mänge Geld. Das hat eigentlich mit dem anderen nichts zu tun. So. Das hat auch mal ganz... ...schlöselhaft gesagt. Das sollte ich down-kriegen mit Hilfe von Absorber. Das könnte zwar eine Weile dauern, aber... Absorber hat so eine ewige Animation. Ich habe die Spezielle Erteile Blut. und dann geht es hier in diesen ist einige coole pokémon gibt zum beispiel nicht bei nikon machen liegt auf dem boden dinge die einmal von ihm gar nicht auffallen da schaue ich mich bei jedem schritt sorgfältig um anspringen und diesen drang hier danke ich weiß dass ich gut bin bis ein gemeiner diepfle versuchst pokémon als anderen zu stehlen du sollst sein pokémon nur wilde pokémon werfen so bitte wie denkst du von mir ich hoffe ich hoffe hier noch ein pokémon zu finden genau das habe ich gesucht sonst möchte ich noch mitnehmen als könnte sagen vor allem ist klar aber ich könnte es auch nicht sagen als er im prinzip als vor allem ist klar ich brauche einen der zerschneider zu tun war stärken die ganze ganze palette da lernen kann heuler ich hatte daraufhin ein pokémon zick zack wurde gefangen ja das ist doch schon mal sehr angenehm willkommen im team zick zack fürs erste und eine herausforderung von diesem käfer sammler los mein käfer team hauenweg käfer sind unglaublich cool ich liebe käfer vor allem in der sechsten generation ich liebe käfer teams also wenn ich sie selber natürlich ich liebe siarabon ähm dieser namen zum klug überhaupt nicht zu erkennen ich liebe voltula rahm und scherox die ganze palette mega pinsel ist cool gibt so viele coole käfer die mit dem man so cool teams bauen kann also käfer vor dem winne warum dieser trainer sechs verfluchte wampel haben muss sechs stück an der zahl kann ich mir nur vor den kopf schlagen gibt es kostet den ganzen rest part keine lustige gegen trainer mit sechs wampel die ganze zeit hier also ganz ehrlich das werde ich jetzt bieten weil das ist in keinster weise interessant nicht abwechselnd auf a und b drauf von flamen level 13 erreicht jetzt werden wir noch drei minuten dran gewesen so ich war alles pokémon aber ich konnte doch nicht gewinnen und ein wildes wampel dass ich zum glück überhaupt dass ich überhaupt nicht haben möchte kein einziges zu finden hallo du hast dir zufällig einige pokémon namens kittels hier gesehen ich liebe diese pokémon kittels ist auch cool hallo ich wollte ich eigentlich aus dem hinterland angreifen oder trödelst oder auf ewig im blütenburgwald herum oder zwar macht mich ganz krank also hier bin ich hey du forscher von debon gibt sofort die papiere her attacke ist ein pokémon trainer oder du musst mir helfen bitte bitte hoch was hast du eigentlich hier was du schützt ihn niemand derzeit in aqua in den weg steht kann auf gnade hoffen niemand los kämpf gegen uns ähm das ist gleich gollum like wenn du dich als uns bezeichnest mit fiffig hat zwar schön behalten das kann ich nicht auf level 8 äh auf level 9 können wir darüber reden das antwürbel ist etwas nervig weil ich genau gesenkt wird auf die auf 75 prozent glaube ich lege nicht drauf fest und jetzt auf 50 ist nicht ganz ne aber bei dem nächsten sand für mich auf jeden fall leben oder mit sehr gefährlich machen ja mann ok ich werde einmal auf mein liebes flämt die wechseln das tut weh naja mäßig ja das ist mein angenehmer zufall ja nicht zufällig angenehm und wir haben dich im aqua rübel besiegt ah du wirst vielleicht nerven dich mit dem aqua anzulegen los kämpfen wir noch einmal hm das würde ich gerne sagen aber ich habe keine problem mehr außerdem sind wir team aqua auf dem weg nach metacross city heute lasse ich dich gehen puh das war mehr als knapp dank dir konnte mir die wichtigen papiere nicht trauen ich weiß ich gebe dir diesen superball als dankeschön superball erhalten auch nicht schlecht hat dieser schuflusten team aqua nicht gesagt dass irgendetwas im metacross city erledigen wollen oh ähm ein notfall ich darf keine zeit verlieren hey du geht dein pokémon gut wenn dein pokémon schwarzen du kämpfen vermeiden willst sollst du dich vom hohen gras fern halten wenn du kämpfen mit schule bringst du bist sofort beliebt wo du obwohl ein skarabot ist natürlich immer beliebt ne das ist klar dieser gute hat einen kader dass der ein angehender zufall weil das ist typ käfer boden und somit anfällig gegen mein absorber also anfälliger als normale käfer pokémon ist natürlich trotzdem normal effektiv das ist klar und er crittert mich dieser kleine unverschämte rotzlöffel äh rotzlöffel ja rotzlöffel wäre ein korrektes deutsches wort dafür gewesen und das saugen wir einfach ab und in kathos besiegt auch cooles pokémon aber leider auch nicht in meinem team Käfer pokémon hat ein anderes vorgesehen das ist in diesem part schon mehrfach erwähnt worden ist kleiner spoiler mal aber ja hier ist ein pokémon ich tue jetzt alle versteckt äh alle ja alle leeren grasflächen die man absuchen ein äther äther ja da gibt es auch hundert verschiedene aussprachen dafür äther 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 und bis bald tschüss